Ja, das ist halt so eine Abzweigung, die ist halt hier so ein bisschen größer, ne? Das ist halt so. Ist aber auch okay. Ja, hier geht es entsprechend runter. Hier geht es dann runter zum Strand. Und, das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall mal gucken, dass wir hier so ein bisschen das ganz natürlich aussehen lassen. So. Ups. Können wir hier auch zumachen, so. Na komm. Hier zumachen. Hier zumachen. Und schon sieht das nicht mehr so ganz schrecklich aus. Und hier wird es dann ja eh irgendwie ein bisschen anders werden. Ich glaube, das ist okay. So, dann kommt man hier nämlich schön irgendwie um die Ecke rum. Hier zum Strand runter. Dann müsste eigentlich, na gut, okay. Und dann ist man nämlich hier schön beim Strand. Von dem aus, man das Wasser auch nur ganz, ganz, ganz gut erreichen kann. Ja, weißt du Bescheid, hier ist der Strand. So. Haben wir das hier, dann haben wir das hier, dann haben wir ja... Oh, 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 oh. Und hier ist... Hier wäre dann eh anders. Jetzt ist das auf jeden Fall so ein bisschen aufgebrochen, so diese zackige Struktur. Dann passt das dann schon. Und hier kommt man nämlich dann rein mit Treppen. Also die ersten paar Schritte sind dann noch okay. Und danach wird es dann irgendwie so ein bisschen ja, undurchsichtiger das Ganze. Und hier machen wir direkt mal einen Baum hin, würde ich sagen. Direkt hier. Wenn jetzt bei Tag, da kann man die Lichtung zumindest sehen. So. Die einzigen Lichtungen, die existieren, sind die, die ich gebaut habe. Fertig aus. War das hier eine Lichtung, die... Doch, das war, glaube ich, die Lichtung, die gebaut werden sollte. Okay, dann kommt man nämlich von hier hinten relativ frei tatsächlich irgendwie an diesen Bäumen, zwischen den Bäumen durch, hier zu dieser kleinen Lichtung. Wollten wir nicht auch einen Wasserfall, irgendwie so einen kleinen Fluss hier längs laufen lassen? Ah, mal wieder gucken mal. Gut, er hätte einen sehr weiten Weg bis dahinten zum Wasser. Und hier kommt man auch rein, irgendwie so einen Schleichweg rein. Ja, hier wäre dann ja die Abzweigung. Guck mal, hier ist auch wieder so eine Zackenmusse. Hier wäre dann die Abzweigung irgendwie runter zu dem... zu dem Dorf, zu der kleinen Siedlung da auf dem Sand. Das ist doch Metall. So klingt doch kein Sand. Oder kein Kies. Hatte mich aber nicht verarschen hier! Ja, hier ist viel Freifläche. Hier könnte natürlich irgendwie das Dorf sich hier hochziehen, so ein bisschen. Ist, glaube ich, gar nicht so blöd. Dann hat man hier, hier, dorfmäßig, hier bis zum Rand. Genau, hier geht es dann rüber, dann eben zu der anderen Seite, zur anderen Uferseite. Von dem Dorf, genau, mit dem Weg. Genau, mit dem Weg durch das Dorf durch, drüber auf die andere Seite. Dann ist der Weg, den müssen wir irgendwie, den müssen wir auf jeden Fall irgendwie anschließen, diesen Weg. Das ist dann unser Hauptweg. Genau, das ist unser Hauptweg. Das ist unser Hauptweg, der geht hier einmal rum. Das ist unser Hauptweg, das ist doch gar nicht dumm. Ich weiß auch nicht, was los ist. So, aber eine Stunde heißt zwei Folgen. Zwei Folgen für den Busch und Mau. Ein bisschen machen wir, glaube ich, noch. Jetzt ist hier wieder so gerade. Ja gut, aber es ergibt sich ja durch den Weg. Na gut. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall irgendwie hoch. Hier hinten, ja, Aussichtsplattform und dann hier irgendwie, äh... Ne, wir kommen hier nirgendwo hoch. Das geht einfach nicht. Jetzt ist das schon wieder so dunkel hier. Guck mal, hier kommen wir nämlich nirgendwo durch. Hier kommen wir... Also hier würden wir hochkommen. Wir bauen uns den mal mit Fackeln so ein bisschen irgendwie. Also das wäre dann hier zwei breit. Der würde hier um die Ecke gehen. Hier hochgehen. Hier zurückgehen. Hier hochgehen. Hier längsgehen. Ja, dann laufst du ja nämlich hier vorm Baum. Scheiße. Der würde hier geradeaus weitergehen. Hier um die Ecke gehen. Hier längsgehen. Hier längsgehen. Hier längsgehen. Und hier zwischen den Bäumen. Der würde hier andocken. Man kommt hier nicht hoch. Es ist... Es ist zu gut gebaut. Naja, scheiße. Es müsste ja vor allem weiter hier vorne irgendwie... Man kommt hier nie durch. Man sieht also auf jeden Fall, der Wald erfüllt seinen Zweck. Uppah. Also wir müssen ja hier vorne irgendwo... Ich würde ungern hier irgendwie in der Mitte von dem Wald... ...so eine Kreuzung haben. Wir müssen schon hier irgendwo rauskommen. Wo könnten wir denn? Hier könnten wir... Was ist hier denn passiert? Was ist hier denn? Aber ich habe ja hier Bäume gepflanzt. Guck mal, man müsste hier eine Abzweigung machen. Aber dann versorgen wir uns hier quasi diesen ganzen... ...den ganzen schönen Weg, den ganzen schönen Platz hier. Naja, wir machen hier die Abzweigung. Hier durch. Hier um die Ecke. Hier runter. Um die Ecke. Ne. Das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Guck mal den hier. Guck mal, hier kommt man um die Ecke. Bringt aber nichts. Wir kommen ja nirgendwo hin. Wir kämen dann hier raus. Um die Ecke, um die Ecke, um die Ecke. Um die Ecke, um die Ecke. Ne, wir kriegen den Weg hier. Ne. Ne. Einfach ne. Ups. Wo war jetzt? Da und da, ne? So. Wir kriegen das hier einfach nicht verbunden. Oder wir gehen hier vorm... Naja, vorm Wasserfall mit so einer Brücke. Wäre auch albern, oder? Au. Oder mit einer Treppe runter. Dann käme man hier auf das komische Ding. Das wird ja eh nochmal anders gebaut. Ist echt schwierig. Ich weiß nicht, wie wir da rüberkommen. Also wir kämen halt nach hier. Das wäre ja kein Problem. Aber hier soll ja irgendwie dann so ein bisschen Freizeitfläche sein. Wenn man dann da so eine Hauptstraße durchführt, ist das halt keine Freizeitfläche mehr. Oder wir gucken doch, dass wir hier unten irgendwo uns verbinden. Dass wir hier... Hier durch. Hier um die Ecke. Hier um die Ecke zurück. Hier um die Ecke. Es wäre ganz schön viel Ecken geraffelt hier, ne? Hier um die Ecke. Ne, man kommt doch hier irgendwo runter, oder? Kommen wir hier längs. Hier kommen wir längs. Also hier um die Ecke, hier um die Ecke, hier um die Ecke. Hier zurück. Hier längs. Hier runter. Hier irgendwie zwischendurch. Hier, hier. Hier und dann haben wir hier so eine Hauptkreuzung. Okay. Okay. Wo ist unsere Lichtung, unsere coole? Die war doch auch hier irgendwo. Die wäre dann natürlich völlig im Arsch, diese Lichtung. Überhaupt ist der Baum... Äh, ist der Wald hier gar nicht dicht genug. Hier wäre die Lichtung. Und hier wäre die Hauptstraße. Das ist auch scheiße. Ah, wir lassen die hier. Ja, ich weiß es doch auch nicht, wie wir hier bauen sollen. Das ist doch wieder alles... Alles blöd. Blöd, 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 blöd. Hier ist doch wieder zu. Und hier von der anderen Seite, wenn wir hier eine... Und hier von der anderen Seite, wenn wir hier eine... Das ist alles irgendwie zu dicht gewachsen schon. Und es ist genau so gewachsen, wie ich es mir gedacht habe. Aber es ist da jetzt nachträglichen Weg noch irgendwie durchzuzimmern, das ist halt echt schwierig. Ohne halt irgendwie diese ganze Struktur von diesem Wald kaputt zu machen, ne? Weil ich würde schon tatsächlich gerne irgendwie den Weg als so Verbindungsstück zwischen allen Bauten irgendwie haben. Dass man wirklich auf einem befestigten Weg, also Cobblestone links, Cobblestone rechts in der Mitte dann schön der Gravelweg, der Kiesweg... Dass man da wirklich einmal komplett rumlaufen kann. Dass man hier eben... Der Wanderweg ist dann so. Und hier der Weg ist so. Und der Weg hier zum Holzfällerhaus ist so. Und zum Turm. Ja, der Turm ist ein bisschen abseits. Der ist ja absichtlich so ein bisschen Trampelfahrt mäßig. Dass man hier um den Wald rumkommt. Und... Was steht da? Schwierig. Schwierig, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Oder wir lassen den runtergehen. Unter der Erde hier unten irgendwie über dem Hafen rauskommen. Und dann könnte man den hier verbinden und wieder hochführen. Ich glaube, das machen wir so. Dass wir hier dann irgendwie nicht hier sind, sondern dass wir... Ne. Dass wir hier irgendwie runtergehen. So, drei breit mindestens. Ja, zwei breit. Ne, drei breit. Mindestens drei breit. Das heißt, wir gehen hier irgendwie runter. Und dann schön hell ausgeleuchtet. Nur, dass das nicht so schlimm ist. Und dann kommt man dann hier unten entsprechend raus. Denn hier unten ist genug Platz. Also, hier kommt man dann wunderbar irgendwie drei breit rauskommen. Und sich dann eben hier anschließen. Weil da hier kommt der Wasserfall runter. Und, äh... Also, die Ecke hier, das bleibt schon so ein bisschen. Aber hier, da ist der ganze Kram. Ich glaube, das machen wir nochmal irgendwie schöner. Ich glaube, so machen wir das. Und jetzt müssen wir erstmal ein paar Kiestreppen holen. So. Also, Treppen sind Möbel und, äh... Aus Kies haben wir halt keine mehr da. Das heißt, wir müssen erstmal ein bisschen Kies machen. Gucken wir mal, wie viele wir tatsächlich brauchen. Das ist definitiv der falsche Sound. Kannst du mir nichts erzählen. So, hinein in die gute Stube. Und dann gucken wir nämlich mal. Wir brauchen Treppen. Und dann... Machen wir mal alle. Machen wir mal zehn Treppen. Das müsste... Naja, es reicht für fünf Abgänge. Das wird schon... Gucken wir mal hier unsere Blinky Plant. Die blinkt hier munter, wo sich hin, die Blinky Plant. Äh, wo laufe ich denn hin, ich Idiot? Hier wollte ich hin. Zack, zack. Wir machen es erstmal nochmal wieder hin. Also, der Weg hier runter, der wird dann auch in dem Kies-Style gebaut werden, wahrscheinlich. Obwohl ich da mal irgendwie andere Ideen hatte, glaube ich. Aber das war ja auch alles irgendwie nicht so doll. Naja. Na? Hm. Ach, jetzt habe ich gar keine von den, äh... Ne, warte, die konnte man doch hier auch so... Genau. Jetzt wollte ich schon wieder Treppen machen, daraus Einzelne machen und daraus dann die Dinger hier bauen. Aber die gehen ja auch so direkt. So. Und dann... Äh... Der, 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 der... Wie machen wir denn? Machen wir jetzt hier Stufe, Stufe, Stufe. Ich glaube, wir machen mal... So, und dann machen wir gerade, gerade, Stufe. Gerade, 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 Stufe. Und dann haben wir keine mehr. Ein paar bräuchten wir aber noch. So. Na komm. Weg. Dup, 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 dup. Dup, 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 dup. Dup, 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 dup. 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 Das klingt so falsch. Äh... Wir haben ja unsere gute Mitrilschaufel. Damit da geht das zum Glück relativ schnell. Wenn ich sie denn auch regelmäßig benutzen würde. So. So, so, so. So, so, so. Und dann... Da dran, da... Da dran. Da dran, da dran. Äh... Da... Da dran und... Und... Da dran. So. Und ein bisschen Erde. Und ein bisschen hiervon. So. Dann machen wir hier noch einen hin. Dann machen wir mal... Da, 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 da. Dann machen wir das hier wieder. Absalde. Du musst jetzt leider auch mal weichen. Malone. Ach. Man sieht übrigens, äh... Das Fadenkreuz ändert sich... Weil ein Objekt anvisiert wird. Und das, äh... Die Hitbox von dem Objekt wird nicht mehr angezeigt. Wäre prinzipiell geil, wenn die Objekte... Können wir hier mal... Beispielsweise... Wenn die Objekte ihre Hitbox... Äh... Tatsächlich so hätten, wie das Objekt wäre. Weil hier... Wird schon das Fadenkreuz geändert. Und hier ist aber noch gar kein Objekt, was markiert ist. Also es ist so ein bisschen irritierend. So. Ähm... Aber gut. Da kann man sich wahrscheinlich auch dran gewöhnen. Beziehungsweise würde ich es wahrscheinlich einfach wieder umstellen. Also geil finde ich es halt in der aktuellen Form halt einfach nicht. Das ist leider... Weil die Objekte halt so sind, wie sie sind. Also von daher. Kannst du nichts machen. Beziehungsweise kannst du schon was machen. Und, äh... Werde ich wahrscheinlich auch. Dann ist dann der... Der alte Stil wieder hergestellt. Der ist ja nicht verloren gegangen. Der ist einfach nur standardmäßig nicht mehr aktiv. So. Da machen wir zu und zu. Und keine Sorge. Wenn der Weg dann irgendwann mal fertig ist... Und, äh... In Produktion geht. Also sobald der Weg dann... Für die Öffentlichkeit freigegeben ist. Oder wie auch immer. Ähm... Da gibt es dann auch Straßenbeleuchtung. Die geht dann auch nachts automatisch an. Und, äh... Sieht ein bisschen schöner aus als mit den Fackeln. Bis dahin müssen wir halt im Dunkeln arbeiten. Oder uns eben mit Fackeln mehr helfen. So wie wir das jetzt hier auch mal machen werden. So. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Da wäre die... Da wäre die Treppe... Die wäre aber einst weiter drin. Die wäre hier schon die Treppe. So. Das ist hier. Das ist hier. Hier ist natürlich auch wieder Unsinn. Das heißt, wir brauchen zwei, vier... Vier. Läuft. Haben wir sogar noch vier von den... Das passt doch super. Dann sind wir nämlich... Na gut, wir sind noch nicht beim Strand. Wir müssen noch weiter. Wir brauchen noch mehr. Duh, 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 dum. So. Ach scheiße, jetzt haben wir natürlich keinen Sand dabei, ne? Ne. Egal. Bleibt erstmal offen, muss noch Sand rein. So, dann holen wir hier nämlich auch noch eben kurz weg. Ist aber schon wieder voll, ne? Meine Güte, das Inventar. Es ist wieder voll, Junge, es ist wieder voll. Ja, komm, hier kommt es noch rein. So, haben wir denn jetzt von, guck mal, wir haben sogar noch zwei über. Das ist ja hier, wie als wenn es gewollt wäre. So. Und hier ist dann, ja, Sand eben. Ähm. Da hinten ist eine Wüste, also wir hätten genug Sand da. Ich hole jetzt aber gerade mal keinen. Äh. Eins, soweit. So. So, das heißt, dann brauchen wir nämlich sechs von den Dingern. Ja, zwei, vier, sechs. Und gucken wir mal, ob wir ein bisschen Sand noch haben, ne? Also, gucken wir hier den Cobblestone wieder weg tun. Den brauchen wir nicht mehr. So, dann tun wir nämlich hier steins. Ach, guck mal, hier hätten wir, ah, hier haben wir sie, da haben wir sie da reingetan. Ist natürlich auch eine Variante. Einfach die Sachen da reintun, wo es gerade passt. So, die Äpfel nehmen wir mit. Die Tomate kommt rein. Dann brauchen wir ja doch keine zu machen. Dann haben wir noch welche da. Ach, jetzt habe ich hier den Sand vergessen, ne? So, und so, und so, und so, und schon haben wir hier unser, unseren Strand. Jetzt gucken wir mal, wie viel brauchen wir? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Könnt ihr hier einfach mal ein bisschen was wegräubern, oder? Naja, fällt gar nicht auf. Ich bin ja auch ein Idiot, ne? Wir haben doch hier den Hammer. Da können wir hier unseren Sand ja selber bauen. Außer der Hammer ist natürlich dann hinüber. Das ist dann natürlich nicht mehr möglich. Shit, egal. Wir machen ein Holzhammer. Brauchen wir eh nicht so lang. Der Holzhammer, der ist ja ratzfatz kaputt. So. Okay. Das ist doch fein. Das ganze Zeug, was hier rumliegt. Die Gurke nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mal alles hier irgendwie mit. Haben wir denn jetzt hier? Rhabarber haben wir hier. Tomate haben wir hier. Gurke haben wir hier. Feuerstein haben wir hier. Melone haben wir hier. Moment, ich suche dir das mal kurz eben. Das weg, das weg. Erstmal ist hier da der Eimer. Der Eimer ist da. Das ist richtig. Die Setzlinge können da erstmal bleiben. Ist ja nicht so, dass ich jetzt wirklich viel Platz im Inventar hätte, um da irgendwas groß zu sortieren. Ah, das ist hier. Das kommt hier hin. Das kommt da hin. Es ist eigentlich scheißegal, wo was hinkommt. So. 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 Ja, komm, scheißegal. Gut. Dann haben wir das. Dann haben wir das. Dann haben wir hier die Treppe runter. Dann haben wir hier noch eine Karotte in der Erde stecken. Die kann doch auch gerne bleiben. Wir müssen aber immer noch irgendwie rüberkommen. Es ist immer noch die Frage, wie wir auf die andere Seite von dem Wald kommen. Indem wir durch den Wald durchgehen oder indem wir hier einen Tunnel bauen. Für den Tunnel müsste halt dieser Baum hier weichen. Oder wir machen den Tunnel hier. Beziehungsweise so eine große Auswahl haben wir gar nicht, wo wir einen Tunnel machen, nicht wahr? Wir müssen ja hier. Also wir werden hier definitiv rauskommen. Das heißt, wir gucken einfach mal, wo wir hier denn sind, wenn wir hier uns einfach hochgraben. Da wird es auch schon wieder hell. Da, da sind wir schon wieder draußen. Also das ist nur ganz klein, irgendwie so ein Abstieg. Und wo auch immer der ist, ja guck mal hier, nämlich dieser Baum, der ist nämlich voll im Weg. Das ist echt doof. Und hier kommen wir raus. Ne, hier kommen wir nicht raus. Hier kommen wir nicht raus. Wir machen das anders. Wir machen erst mal den Baum wieder hin. So. Dann machen wir hier uns mal ein bisschen Licht. Und dann machen wir nämlich die Erde wieder hin. Ja, dann machen wir nämlich hier mal so ein bisschen runter. Und dann gehen wir hier nämlich ein bisschen gerade und gehen dann erst hoch. Gehen wir hier denn hoch? Wir gehen hier mal hoch. Ne, wir kommen dann der... Wir gehen hier hoch. So, wo kommen wir denn hier raus? Wo kommen wir hier raus? Wo kommen wir hier raus? Das wäre dann hier links und rechts jeweils einer, ne? Das wäre dann genau zwischen den Bäumen. Wäre ja prinzipiell richtig. Ich würde aber tatsächlich sogar noch einen weiter. So. Dass wir hier nämlich rauskommen. So. Und dann gucken wir nämlich mal, dass wir möglichst viel von dem Grünzeug hier oben einfach lassen. Und hier geht es dann entsprechend runter. Das heißt... Äh. Das heißt... Da ist der Hammer hinüber. Aber jetzt haben wir hier wieder Kobbelstern. Und können uns einen neuen aus Stein bauen, der eine Weile hält. Das heißt... Ach, wir müssen ja auch noch irgendwie dieses... Gehäuse um den... Um den Wald herum... Äh. Um die Mauern herumbauen. Äh. Also hier kommt auf jeden Fall erstmal zu. So, diese ganze Idee von wegen Aussichtsplattform, die können wir dann eigentlich erstmal in die Tonne treten. Das heißt, wir machen hier auch zu. Und dann haben wir hier auch. So, und schon nochmal nehme ich diese komischen Zickzackknick hier nicht mehr drin. Das heißt, hier gehen wir dann drei breit. Entsprechend runter. Und zwar hier gehen wir runter. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, so geil finde ich den neuen Ton auch nicht. Als wenn es so eine Steinachst wäre, ne? An der anderen Seite. So... So... Vielen Dank.